Hey Leute! Ich hatte heute bisher einen relativ stressigen Tag, von daher wunderbar, jetzt eine Runde Skat, um dann auch ein wenig runterzukommen. Das Ganze wieder live und was passiert? Nichts passiert, weil Spieler 3, wie wir hier oben an der laufenden Uhr sehen können, noch nicht angetreten ist. Jetzt geht's los und ja, ich bin gespannt und freue mich hier erstmal auf eine kleine entspannte Runde Skat, also 12 Spiele. Ja, und dann schauen wir mal, wie heute so die Karte geknetet und gedroschen wird und ob ich jetzt wieder gut drauf bin und mich frei machen kann von der Belastung des Tages. So, erstes Spiel. Ich denke mal, mit nur einem Trumpf kann man mal hier mal unter dem Ast zu viert aufschlagen, schon mal die Stechfarbe zeigen und finden. Das hat auch schon mal hingehauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie setzen wir fort nochmal her? Dazu will ich eigentlich nicht. Stechfarbe ist gezeigt, es sieht mir fast aus wie ein Zwei-Farben-Spiel. Und so ist es auch, also auch die nächste Stechfarbe gefunden. Ansonsten eine blanke Karolusche war da eher nicht zu vermuten. So, dann ist es wohl ein Siebentrümpfer. Dann können wir erstmal die Asse laden und dann hat der Spieler natürlich noch drei Pik an der Seite. Also wenn er das Pik-Ass führt, dann wird er natürlich locker gewinnen. Wenn nicht, dann kommt er zu kurz, wird drei Pik-Stiche verlieren. Ja, aber Kreuz-Dame deutet natürlich darauf hin, dass er die Stärke hat und nicht nur das Ass, sondern dass er sogar Ass-10-Lusche hat oder Ass-10-Dame, auf jeden Fall das Ass-10, sonst würde er nicht noch einen Trumpfzug spielen. Er hat hier sogar einen Pik noch gedrückt gehabt, von daher gewinnt er hier das Spiel Schneider völlig ungefährdet. Ja, auch hiermit könnte ich natürlich, aber es ist ja zu dürftig. Das wäre ja nicht nur verwegen, sondern schon fast der Schrei nach Schläge, dieses Blatt jetzt gegen schon zwei Reizungen noch weiterzuziehen. Das müsste dann schon ungewöhnlich gut drin liegen. So, Pik wird gespielt. Logisch, mit zwei wohl aufgrund der Reizungen schon zu erahnen. Der erste Stich bestätigt das. Mein Partner hat zwei Trumpf, deswegen ist es ein Sechstrümpfer. Herz Ass, hoffen wir mal, dass das eine gute und richtige Entscheidung war. Mein Partner noch weitere Herzstiche im Blatt hat. Ich würde mal jetzt hier mit Karo testen. Die Zehen käme vielleicht schon ein bisschen zu früh. Das ist ja schon mal soweit gut und das ist jetzt natürlich schlecht, denn damit sieht es wohl so aus, dass der Alleinspieler jetzt noch Herzstiche macht. Da kann ich am besten noch Schneider frei verhindern, indem ich hier erstmal lade, damit der Spieler die Zehen rausnehmen muss und hoffentlich mein Partner dann wenigstens mit dem König oder mit der Neun, sage ich mal, dann gegen die Lusche den letzten Stich macht. Wahrscheinlich mit der Neun. Ne, dann jedoch mit dem König, damit ich da jetzt hier das Kreuz Ass laden kann und wir dann noch raus sind. Oh, und mit der Acht gibt es gegen die Sieben sogar noch einen Stich. Ist ja herrlich. Also hätten wir weit kommen können, wenn halt nicht das Herz Ass gewimmelt worden wäre. Das war ja natürlich die lange Farbe von meinem Partner, aber im Sinne eines Siegplan ist, hätte er vielleicht trotzdem besser eine kurze Zehn gewimmelt, denn damit kann man gegen so trumpstarke Spiele selten mehr als Schneider frei kommen. Aber gut. Gucken wir jetzt auf mein eigenes Spiel. Ich ziehe das jetzt hier in diesem Format einmal bis Nullover hoch. Sind zwar im Prinzip zwei Faule, aber es ist ja auch die Chance groß, da im Herz Mittelfeld was zu finden. Also Herz 19 Bube, Dame gilt auch noch als erweitertes Mittelfeld, damit auch dann das Ass zur Stehkarte wird. Zack. So, das war so halb und halb. Also in Herz der König ist eher nicht so prickelnd dazu. Dafür ist die Karo 9 jetzt eigentlich die angenehmere Karte. Karo 7, 9 Dame hat, denke ich, eine bessere Chance als Herz 7, 8 König. Herz müsste schon 2, 2 verteilt sein. Karo kann ein bisschen mehr Unschärfen ab, denke ich mal, ein bisschen mehr Stellung. Nun ist natürlich die 36 Reizung, die kann aber auch Kreuz bedeuten. Vorne ist auch bereits wieder spielen die Nullover so. Ja, ab jetzt bin ich hier natürlich nicht mehr aktiv quasi dran. Da kannst du beim Nullover nicht mehr groß was machen. Die Würfel sind gefallen. Wie sitzt die Karte? Erstmal wird das Spiel eröffnet. Das ist ja schon mal nicht so schön. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Wenn nicht alle Karos stehen, dann ist er gewonnen. Und ja, dann ist eher überraschend, dass die Spieler hier noch am rumzaugern sind und nicht längst aufgegeben haben. Hier Herz steht zu dritt, also war die richtige Entscheidung. Halt ich Herz oben, bin ich geplatzt. Da kommt der dritte Herz. Aber ich habe ja die Karo-Dame gehalten, wo nichts los ist. So, warum läuft das Spiel noch hier? Wir sind gleich in der Nachspielzeit. Bayern München spielt in der siebten Minute der Nachspielzeit. Wann fällt endlich das Tor? Nein, wir spielen es hier bis zum zehnten Stich. Aber ja, da ich gewinne, kann ich das sportlich nehmen. Die anderen haben offenbar das Bedürfnis, das Blatt mal voll auszuspielen und die Karte gut durchzumischen. So, hier sehe ich ein paar volle. Da werde ich mal den Null mit anhalten, aber bei 24 wird es mir zu brenzlig. Da stimmt das Chance-Risiko- Verhältnis dann definitiv nicht mehr. Was ist los bei Spieler 3? Und er wählt den Pik. Schade. Der ist wahrscheinlich mit 2 aufgrund der Reizung. Da habe ich nur die beiden Trumpf vollen. Ja, und dann hänge ich hier in diesem Ausspiel. Trumpf vollen ist aber auch irgendwie zu dusselig. Ach komm, wir greifen das Spiel mal von oben an. Und das ist doch schon mal kein schlechter Treffer. 22, selbst wenn da die 10 sitzt, haben wir natürlich einen Abstich. Gut, der geht natürlich jetzt zu Lasten wieder, oder sagen wir mal so, schade, dass da kein Trumpf vollen ist. So, jetzt auch mal auffassen. 22, 39 und jetzt Herz-Darm ist natürlich, wo Karo Ass gewimmelt wurde. Ja, gut, rauf mit dem vollen, auch wenn das Ass beim Alleinspiel zu vermuten ist. Ja, das war 6 Trumpf, Herz Ass und die Kreuz 10 zu dritt. Da kriege ich jetzt noch den Damenstich und der Feierabendende der Geschichte. Gut, war allerdings logischerweise so viele volle wie ich habe, auch mit einer anderen Öffnung nicht zu schlagen. Das Spiel, dann machen wir zwar potenziell drei Kreuzstiche und noch einen Bubenstich. Ich glaube aber nicht, dass wir hinkommen, weil mein Partner eben nur dieses eine Ass hat. Auf meine drei Stiche kann er nur einen vollen versenken. Das hätte also auch nicht gereicht. Ja, gleiches Spiel, sage ich mal. 0 möchte ich nicht sehen. 24 sage ich hier mit 5 vollen und einem Buben, aber dann muss ich auch raus, ganz dringend. Sonst kommt der erste Einschlag bei mir auch an. Was macht Spieler 3? Das wäre natürlich schön, ihn jetzt am Tisch zu sehen. Denkt er nach? Sortiert er gerade seine Karten? Oder ist er gerade in der Raucherpause? Man weiß es nicht. So, jetzt ist er aber da. Der erste Stich geht an mich. Und jetzt wäre es natürlich nett, wenn ich dazu käme, noch irgendwie das Pik Ass zu stechen. Aber können wir das, können wir natürlich nicht erzwingen. Dann darf ich natürlich eher nicht Kreuz Ass oder Zehn spielen, sondern muss mal versuchen, meinem Partner das Spiel wieder rüber zu geben. Ich versuche es hier mal mit einem scharfen Zug mit der scharfen Zehn, weil ich einfach nicht glaube, dass wir diesen Gerang, wo ich nur einen Buben habe, schlagen können, wenn wir hier 0815 spielen. So, das war jetzt natürlich günstig für den Alleinspieler. Der steht in Ass, König, Lusche. Die Frage ist, konnten wir den günstigen Verlauf überhaupt verhindern? Jetzt hat er jedenfalls den letzten Buben noch und natürlich muss er Herz Ass haben. Nee, also ich konnte meinen Partner nicht treffen. Das Beste, was ich noch hätte machen können, wäre Kreuz Ass. Hätte er auch gestochen. Buben wären gefallen. Zieht er seine vollen, ist er auch zu Hause. Dann bekommt er zwar Karo 10 nicht, aber das Spiel stand grundsätzlich auf Gewinn. Der Versuch, meinen Partner anzuspielen, den finde ich schon valide. So, jetzt würde ich mal sagen, bin ich aber hier wieder dran. 3 Ass, 10 Kreuz, Herz, Buben, das ist jetzt für mich ein Gerang. Auch bei der 36er Reizung, da lasse ich mich nicht von Bange machen. So, 8 Augen drücken oder 7 nicht. Ich denke, das eine Auge macht den Kohl nicht fett. Die Karte kann natürlich ungünstig stehen. Es ist eine hohe Reizung. Gerade Kreuz oder Karo sind natürlich meine schwächsten Farben. Dass ich hier erstmal angespielt werde, das ist ja erstmal schon mal positiv. So, was haben wir? 7 gedrückt. 22. Buben wahrscheinlich zusammen. Ja, 26. Und jetzt vermutlich auch noch Peak-Zutritt. Tatsächlich. Also es steht maximal ungünstig für mich. Aber ich gewinne trotzdem, denn hiermit bin ich bei 42. Und jetzt brauche ich hier nur noch meine beiden vollen hinziehen. War also glücklich schon, dass die Karo-Dame da auf den Stich gefallen ist. Gut, ich kann jetzt nochmal gucken. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Doch ich kann gut sein, dass ich jetzt sogar noch einen Stich mache. Ne, jetzt aber nicht. Überspül funktioniert zum Partner. Dann macht Herzkönig keinen Stich. Also, sehr glücklich, dass ich die Dame bekommen habe in Karo-Dame 63. Ansonsten muss ich dann ganz schön kämpfen bei so einem schönen Spiel. Boom zusammen, Peak-Zutritt, ins blanke Ass eingespielt. Und schon muss der Maikäfer ganz schön strampeln. So. Das ist ja fast das Gleiche hier. 0 Reizung. Also er will mich natürlich auch diesen Peak nicht spielen lassen. Spieler 1 treibt mich jetzt hier, aber das Blatt ist zu gut, als es aufzugeben. Pikant ist es aber auch nicht. Ja. Und jetzt stehe ich natürlich da. Die Findung war mies. Jetzt brauche ich natürlich ein wenig Glück bei meinem Krank. 14 drücken, 10 drücken. Also so wäre natürlich auch eine Variante. Aber das ist so Pseudomäßig. Ich habe eigentlich nicht wirklich eine Stärke. Ist auch ein reines Bonbonspiel. Ich denke, am ehesten oder am einfachsten ist hier noch der Plan, dass ich, ich brauche eigentlich verteilte Buben. Und dann fahre ich wahrscheinlich mit 14 im Keller am besten. Ich glaube, ich mache das mal so. Die Buben in einer Hand sitzen. Dann ist natürlich 20 drücken fast die einzige Chance. Und so ist es auch. So. 18. Das wird jetzt natürlich schwer. Peak steht auch ungünstig für mich. 32. Jetzt kann Peak schon gestochen werden. 42. Das allerdings ist schon wieder gar nicht so schlecht, dass ich den Stich mache. Hier erstmal abgetragen werde. 46. So. 46. Jetzt ist ja die Frage, wie kriegen wir noch? Ich glaube, ich kann ruhig noch einmal Peak ziehen. Wir müssen mal hoffen, dass jetzt das Karo Ass bei Spieler 3 sitzt. 49 oder Karo Ass und Dame bei meinem Partner. So. Das war schon mal gut hingehauen. Wenn ich jetzt in herzenvollen Stechen zum Stechen bekomme, dann kann ich das Spiel gewinnen. Und es ist ja noch die Herz 10 unterwegs. Ne, die habe ich gedrückt. Die habe ich gedrückt. Es ist noch eine Kreuzvolle unterwegs. Also wenn ich die nicht bekomme, dann wird es nicht langen. Das war schade. Kreuz 10, König hätte ich natürlich gern gesehen. Da, ich erzähle Quatsch. Es war doch noch das Herz Ass. Also ich bin hier doch ein bisschen verwirrt beim Geschichtenerzählen. Auf jeden Fall. Das Spiel hat sich, ja, wie ihr gesehen habt, noch günstig für mich hinten raus hingespielt. Mit Karo Ass den richtigen rangebracht und den Einvollen im Spiel noch rausgenommen. So. Und jetzt kann ich natürlich gleich munter weiter reizen hier auf die nächste Lerche. Das sollte wieder Nullouvert werden. Und natürlich muss es jetzt auch Nullouvert werden. Die Findung war aber wieder zweimal Käse. Also keine Verbesserung. Logischerweise hätte ich gerne, sehr, sehr gerne eine Piglusche gefunden. Das war jetzt, vielleicht habe ich jetzt einen zu großen Schluck aus der Pulle genommen. Oder einen größeren Bissen genommen, als ich schlucken kann. Denn hinten vorne ist auch noch eine 22er Reizung. Und ich muss jetzt den, ja, doch, ich mache den Nullouvert. Es hilft ja nichts. Pik 7, 10, Bube. Das wird mir wahrscheinlich das Genick brechen hier. Da hätte ich schon eine gute Karte im Stock jetzt gebraucht. Aber manchmal ist es ja beim Skat so, statt gar keinen Nachrichten nimmt man dann auch mal schlechte Nachrichten in Kauf. So, wenn es Pik erst blank war. Ne, da kommt, da war die Pik, der Arme blank. Also die Reizung ist von vorne. Ja, einen Pik hätte ich drücken müssen. Das war jetzt, wie vermutet, dann mal eine Ecke zu forsch. Aber gut. Gehen wir auch hier bis 22. Ja, machen wir. Und da kommt auch ein Nullouvert und der steht auch auf 7, 8 Dame. Aber er wird gewinnen, denn ich habe den König zu dritt vor ihm. Das heißt, mein Partner hat nur, wenn kein Herz gedrückt ist, das Ass zu zweit. Also können wir aufgeben. So, mein Partner hat noch nicht aufgegeben. Der hat offenbar noch vor ihm den Alleinspieler hier so ein bisschen zu bluffen. Nur, wie soll das funktionieren? Der wird ja nun mal nicht übernehmen. Jetzt hat mein Partner auch eingesehen, dass das keinen Zweck hat. So, nun müssen wir mal ein bisschen auf die Taktik schauen, drei Spiele noch zu machen. Spieler 3 enteilt und ja, ich im Duell mit Spieler 1. Das ist jetzt die spannende Frage, ob ich da am Ende wenigstens die Nase vorn habe. Spieler 3, wenn dem jetzt nicht noch ein teures Spiel umkippt, dann wird da wohl nichts mehr passieren. Gut, hier habe ich nur einen Trumpf. Von daher wird es auf jeden Fall wieder potenziell interessant. Pik Ass direkt getroffen. So, also ich sag mal so, ich werde jetzt hier noch nicht Karo Ass schmieren, sondern Herz 10. Wenn wir hier was gewinnen wollen, dann brauche ich mit Pik oder Karo auch noch ein paar Treffer und das war schon mal günstig. Nicht so schön, dass mein Partner nun gleich das Herz Ass investiert hat. So, Pik steht 2-2. Dann muss der Alleinspieler nach Adam Riese natürlich Karos in der Flosse haben. Die können wir beide ziehen. Und jetzt mit einem Bild weiter Druck machen. Trumpf Ass sicher noch bei meinem Partner und damit schnapp. Verliert der Alleinspieler dann auch chancenlos und ist damit auch wieder in Reichweite. Also eben noch weit davon geflogen. Jetzt sind es noch 100 Punkte. Ein Beetspiel und schon zerlegt es auf diese kurze Distanz ein gutes Ergebnis. Und das ist ja gut für die Spannung, gerade wo mein Blatt nichts hergibt. Kann jetzt trotz alledem noch alles passieren. Wer bekommt das Spiel? Spieler 1. Bei 40 allerdings. Ah, schade. Krang Hand. Krang Hand deutet auf eine gewisse Stärke hin. Das ist selbstbewusst. Die Reizung macht ihm nichts aus. Herz sitzt natürlich auch noch sehr günstig. 28. Jetzt Pflichtkreuz Lusche. Also das ist nicht günstig für uns gelaufen, dass wir hier erst 38 Augen haben. Hätte mein Partner vielleicht mal besser mit dem Karo Buben den Spieler eingeschoben. Da hätte ich eine Herz abtragen können. Ja, jetzt sieht das ja so aus. Wenn überhaupt, dann macht mein Karo König noch den Stich. Oh, da ist noch ein Bube bei meinem Partner. Ich wird verrückt. Da bin ich ja gar nicht auf die Idee gekommen. Was war das denn für ein Krang Hand? Der war ja nur gegen verteilte Buben quasi zu gewinnen. Ein Angriffs-Krang Hand nach dem Motto All or Nothing. Und das ist so ausgegangen. Dafür gab es also nichts. Wunderbar, kann ich sagen. Jetzt geht es nur noch gegen Spieler 3. Und ich muss 100 Punkte aufholen. Da lage ich auf diese Lerche 18. Und leider, muss man sagen, leider bin ich hier rangekommen. Wäre mir lieber gewesen, Hinterhand hätte jetzt was geboten. Jetzt muss ich aber durch. Und naja, okay. Deswegen bin ich also rangekommen. 2 Asse im Stock. Aber ein 100er-Spiel wird es natürlich trotzdem nicht. Ich könnte einen einfachen Krang spielen. Dann komme ich bis auf 2 Punkte ran. Die Schneider-Chance ist mit nur einem Buben und 3 Assen in Mittelhand verschwindend gering. Deswegen denke ich darüber nach, ob ich überhaupt dieses Risiko eingehen soll. Ich denke mal nicht, das macht. Aus taktischen Gründen ist das einfach nicht sinnvoll. Das beste Spiel ist, denke ich, hier der Karo mit dieser 1-1-Drückung. Damit habe ich die besten Chancen, meine beiden Trumpfvollen heimzubringen. In der zweiten Kreuzrunde und in der potentiell 2. Peakrunde. Hier natürlich schon mal schade, dass die Kreuz 10 nicht rauf geht, aber okay. So dusselig sind die Kollegen dann auch nicht. Die ahnen schon, dass ich den König gedrückt habe. Jetzt kommt natürlich... Nein! Es kommt noch nicht die Kreuz 10. Da ist einer entweder sehr trumpfschwach oder sehr optimistisch. Der wechselt hier durch, geht hier über die Farben. Also ich denke mal, Spieler 1 hat keinen Trumpf mehr. Deswegen öffnet er hinten seinem Partner die Farben. Ich werde aber natürlich den Teufel tun, jetzt hier selber noch Trumpf zu spielen. Ja, und Spieler 3, der will jetzt mal eine Trumpf 10 haben, soll er haben. Aber dann muss er jetzt erst nochmal diesen Stich auf der Herzdame abgeben. Und das will er auch nicht, weil er da noch einen vollen schleppt. Deswegen kriegt er jetzt natürlich weniger. Er kriegt nur 3 Augen statt 10 Augen. Hat also auf 7 Augen verzichtet. War aber egal. Mit 71 habe ich jetzt gewonnen. Sonst wären es 64 gewesen. Also das Spiel stand knapp auf Sieg. Es hat aber Spieler 3 mir heute hier 5 Euro abgeknöpft. Ich denke mal verdient. Ich habe wahrscheinlich im achten Spiel, wo ich noch am Quatschen war über das siebte, ein bisschen zu forsch gereizt. Gegen zwei Reizungen waren die 24 mit Pik 17 Bube dann vielleicht doch ein Happen zu viel. Also selber schuld. Aber trotz allem Spaß gehabt. Ich hoffe, das gilt für euch auch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wie immer. Gut Blatt.